bonum mane ich grüße euch alle heute ist samstag der 21 4 2018 und weil dies ein besonderer feiertag jedenfalls für einen römer ist es ist nämlich die gründung roms der heute gedacht wird am 21 4 so sagt es jedenfalls die sage und die überlieferung des jahres 753 vor der zeitrechnung wurde die stadt rom gegründet von dem namensgeber romulus natürlich und die sage des romulus und remus seines zwillings bruder und die bedeutung roms für unsere abendländische geschichte ist ja von überragender bedeutung also die man kann wenn man so will die gründung der stadt rom 753 als ja beginn der abendländisch westlichen zivilisation betrachten manche setzen zwar die er in die entwicklung der antiken welt der griechischen welt aber ich glaube dass die gründung der römischen welt für unsere abendländischen zivilisation ich glaube die das überragende ereignis war das das uns geprägt hat und das römische rechtsvorstellungen in ganz besonderer weise für unsere vorstellungen von recht prägend sind und uns auch unterscheiden von den ganzen anderen kulturkreisen der welt das wird in der sage von romulus und remus relativ deutlich durch ein beispiel dass wenn man so will ein spiegelverkehrtes oder ein gespiegeltes umgedrehtes beispiel wie nehmen wir mal aus dem biblischen darstellt also dass die okzidentale die westliche welt von der orientalisch östlichen welt sehr stark unterscheidet dass sich dann auch in den rechtsprinzipien und in den denkvorstellungen des westens und des ostens ausmacht die sage geht also ursprünglich wird gesagt dass romulus und remus nachfahren des näher gewesen sein also in näher ist ein einer der wenigen männer die dem untergang trojas entkamen der mit seinem vater an hieß es auf dem rücken von troja entkam mit einigen wenigen getreuen und dessen nachfahren sollen also der es gibt über diese zeit natürlich nur sagen berichte also keine richtigen zeugnisse mehr die großen beiden darstellungen sind von dionysos von harlicanassos und von plutarch plutarch hat das leben des romulus seiner großen in seinem großen biografischen werk große griechen und römer geschrieben ich glaube sogar als die erste biografie wenn ich mich richtig entsinne und absolut lesenswert also gerade plutarchs große griechen und römer gehört für mich zu den standardwerken wenn man wirklich gelesen haben sollte und die wie ich meine auch unterhaltsam zu lesen sind es gibt immer mal wieder einige längen wenn er was in der zeit natürlich sehr populär war immer wieder mal dann schlachten beschreibt und wie die hin und her gehen aber die lebensbeschreibungen von plutarch zu den großen griechen und römern sind sowieso extrem lesenswert in der sage von plutarch heißt es dass es dort in der nähe wo wo dann später rum gegründet wurde eine stadt gab die hieß alba longa und emilius der könig von alba longa hatte seinen älteren bruder numitor vom thron gestürzt mit gewalt und nun die tochter dieses gestürzten könig numitros rea silvia wurde von dem gott mars geschwängert und von diesem stammen also dort sind geboren romulus und remus nun ist emilius quasi da darauf gekommen also da sind diese kinder gewesen und er sah sie nun als gefahr und dachte naja wenn von seinem älteren bruder enkel wären die romulus und remus dann sind dann würden die vielleicht eines tages für ihn eine gefahr und in der weise die diese geschichte bringt findet man geschichten in der altert in der altertum in der vergangenheit sehr oft wir haben hier nämlich etwas das manchem aus der bibel bekannt vorkommen durfte die wurden nämlich ausgesetzt beide in einem weidenkorb im tiberfluss also die aussetzung kennt man aus der geschichte zum beispiel ja auch von moses der in einem weidenkorb ausgesetzt sein soll und der ebenfalls dann gefunden wurde und nicht umkam also diese geschichte gibt es in der alten welt in zahlreichen varianten die aussetzung von kindern die man los warten will die dann ein niedriges leben führen also romulus und remus wurden der sage nach von einem hirten namens faustulus entdeckt einem schweineherd also wirklich das unterste einer der untersten ränge überhaupt der gesellschaft ein schweineherd und romulus und remus wuchsen nun als ziehkinder des schweineherden faustulus auf unwissend ihrer herkunft also weder dass sie vom gott mars gezeugt sind noch dass sie die nachkommen des rechtmäßigen königs von alba longa sind von die die enkel von könig numitor und das ist die typische heldensage also der die helden die quasi in diesem fall haben wir es ja erstmal mit einem duo zu tun einem zwillingspaar die ihrer edlen herkunft unwissend sind und sich in typischer weise der heldenreise wie sie also frazer in der goldene zweig skizziert und wie sie auch cg jung in seinen archetypischen beschreibungen erklärt wir haben also die typische heldenreise die beiden helden romulus und remus die wie gesagt nicht von ihrer edlen herkunft wissen und sich nun hochkämpfen müssen davon handelt also in ausführlicher weise die sage und es kommt also wie es entwickelt sich natürlich so dass die so langsam so ein bisschen einiges von ihrer herkunft erfahren dem nachgehen und remus wird also gefangen und wird gefoltert um ihn zu befragen was er und sein bruder denn wissen und romulus kommt also an um seinen bruder zu befreien und so warfen sie quasi den tyrannen nieder und es kommt dann schließlich also kommt bekommen sie die erlaubnis in der region eine eigene stadt zu gründen also und sie gründen dann rom also das heißt naja es ist jetzt etwas sehr verkürzte darstellung romulus und remus es ist in der antike oft so dass die menschen dort nach zeichen gesucht haben nach omen und romulus und remus schauten also von einem hügel und wollten nun adler sehen wer nun quasi die sich wo im besseren gebiet niederlassen könnte und romulus behauptete also er hätte zwölf adler gesehen und da quasi mehr anrecht oder anrecht auf das bessere jedenfalls gab es relativ schnell streit und der streit gab sich solcher art dass also romulus erstmal ganz traditionell das tat was man also im alterton tat man steckte ein gebiet ab das ist etwas ganz urtümliches er romulus zog also quasi mit einem ich glaube mit einem ochsen wenn ich es richtig war einen pflug und markierte ein gebiet also machte einen quasi einen großen kreis um ein gebiet und sagte hier gründe ich meine stadt die nenne ich nach mir rom und remus sein zwillingsbruder verlachte das also und sagte das ist doch quatsch das ist ja nur eine furche im boden und romulus sprang über diese linie und sagte das erkenne ich gar nicht an dass du hier eine grenze zieht das ist ja lächerlich und also remus sprang drüber jetzt habe ich glaube ich versprochen nee also remus sprang über die mauer also über die über den über die furche die wurden die mauer gebaut werden sollte später und romulus erschlug seinen bruder so weil er sagte nie jeder und und sprach den ausspruch der also die römische geschichte prägen sollte so soll es jedem ergehen der über meine mauer springt das ist natürlich eine grausame etwas blutrünstige geschichte aus unserer sicht heute wir haben es aber mit der archaischen widerspiegelung eines vorgangs zu tun der quasi der in der urzeit der menschen sich vollzog nämlich der wandel von der nut vom nomadischen dasein zum sesshaften dasein das kann man quasi historisch hier in dieser sage verdichtet sehen das ist übrigens auch etwas manchen wird diese geschichte ja an kein und abel erinnern und da haben wir eine ähnliche eine ähnliche widerspiegelung das auch als echo widerspiegelt den streit zwischen den nomadischen und den und den sesshaften in diesem streit ist es ja so in der geschichte des alten testaments von kein und abel ist es ja so dass abel als viehhirte also seinem hebräischen gott jahwe vieh opfert schaf ich bin mir nicht mehr sicher und kein als ackerbauer aber nur pflanzen hat so und in der biblischen variante ist es dann so dass jahwe das opfer das tieropfer mehr angenehmer findet und das pflanzenopfer verschmäht worauf kein sauer ist und seinen bruder abel erschlägt hier haben wir auch eine widerspiegelung dieses denn diese leute die mit vieh unterwegs sind sind normalerweise eigentlich die nomadenvölker gewesen weil die zogen umher haben ihr vieh mal da mal dort weiden lassen dann gingen sie weiter während die sesshaften dann in der regel ackerbau betrieben und pflanzen anbauten und wir haben also einen streit zwischen denjenigen die noch nomadisch leben und quasi die unbewegte freiheit der bewegung im land wünschen und die nun in widerstreit geraten mit denen die sesshaft sind denn die die sesshaft sind und eine siedlung aufbauen und damit eine grenze sagen natürlich die tun das was vor rousseau der große die große katastrophe das große elend der menschheitsgeschichte war nämlich die aneignung von besitz also das was unsere moderne zivilisation auch ausmacht nämlich dass ein mensch sagt dieses stück land gehört mir vor der sesshaftigkeit war das ja nicht der fall also völker die nicht sesshaft sind sondern nomaden sind für die ist die vorstellung von landbesitz ja absurd die sagen da gibt es kein land das ich haben kann wir haben wir also in dieser sage eine ein echo ein in sage verdichtetes echo eines kulturstreites weil man sagen kann dass der übergang der menschheit von nomaden da sein zum sesshaft da sein ist einer der größten brüche in der menschheitsgeschichte also hat die größte veränderung dargestellt und war noch vor jahrhunderte oder man kann sagen vor jahrtausende vor sehr lange zeit in die ersten städte sind ja schon vor langer zeit gegründet worden vor eine überragend lange zeit der menschheitsgeschichte dann ein bleibender streitpunkt also sehr viele mythen und sagen aus dieser zeit sind tatsächlich echoes dieses konfliktes zwischen nomaden völkern und völkern die sich sesshaft machen wie gesagt vor so und das ist für unsere moderne geschichte von nicht ganz unbedeutend vor so den den autor des sozialvertrags also der schrieb die die moderne gesellschaft ist quasi durch einen sozialen vertrag gegründet markierte dass diese dieses abstechen eines landes als mainz als das größte unglück der menschheitsgeschichte der sagte in seinem buch der sozialvertrag legt kontrakt sozial dass der erste mensch der gesagt hat dieses land gehört mir dann hätte man erschlagen sollen so er hat sich also auf die seite des remus gestellt der remaner wenn man so will gut deswegen ist nicht die remaner von von star trek aber die sagt also remus steht gewissermaßen vor diese nomadische vorstellung land darf niemand gehören und es gibt also keinen besitz und und das für uns interessante ist natürlich dieses dass sich an rousseau später marx orientierte wieder also von marx war das etwas ganz überragendes dass er sich an rousseau orientierte und sagte ja dieses privatbesitz und mainz und grenzen setzen das gehört mir war dann hat auch marx in starkem maße inspiriert und das ist im prinzip wenn man jetzt den großen bogen zieht wir haben ja heute wieder linke und social justice warrior und wofür sind die na für die abschaffung aller grenzen grenzen sind böse so das heißt es sind die kinder von remus mit denen wir es hier zu tun haben wenn man so will oder die die arben die geistigen des remus während wir als menschen die vor grenzen und privat besitzen sind die arben des romulus also der streit vor 2100 ne 2771 jahren das ist das 2771 geburtstag von rom der streit der vor fast 3000 jahren zwischen romulus und remus ausgetragen wurde den führen wir jetzt heute immer noch aus oder wieder wie man will indem wir quasi diejenigen sind die mit romulus vor privat besitz private eigentum und grenzen und rechtsstaat sind während remus für quasi die welt gehört allen es gibt keine grenzen und es gibt keinen privat besitz das ist der alte streit der hier fortgeführt wird oder wieder neu aufflammt zwischen uns und den anderen das ist ein wenn man sich das mal ins bewusstsein ruft wie alt dieser streit ist der jetzt neu ausgefochten wird dann ist man eigentlich erschlagen von der realisierung der irgendwelchen gigantischen zügen die weltgeschichte gleiche gedanken und gleiche streitlinien sich fortführen also für nun mag man das wenn man diese sage das erste mal hört und sagt romulus zieht eine furche um ein gebiet und sagt das ist meine stadt und wer darüber springt begeht ein unrecht und er schlägt sogar seinen zwillingsbruder mit dem er wie die sage ja beleuchtet eigentlich sehr verbunden ist aber es geht hier um ein rechtsprinzip für das romulus steht diese grenze markiert eine staatsgrenze die ist jetzt festgelegt durch den akt der gründung und damit etwas heiliges also es ist etwas sakrales auch dass sich damit von mit der grenze verbindet wenn man sagt es muss ein prinzip gelten und das ist das was uns abendländer was uns europäer insbesondere eben prägt wir betrachten rechtsprinzipien als etwas das aus prinzip gilt also als abstraktum hier ist eine grenze das ist und das ist ja das argument dass die social justice warrior und die linken immer bringen ja grenzen sind ja willkürlich wenn man aus dem weltall guckt sieht man keine grenzen all dieses kein mensch ist illegal all dieses geschwätz was also die die linken das ist im prinzip nichts anderes als die unterhöhlung unserer 3000 jahre alten zivilisation unsere zivilisation die westliche die damit die form der welt auch prägte denn heute sind ja die staaten alle nach solchen mehr oder weniger abstrakten rechtsprinzipien gebaut wir haben die welt ja in entscheidendem maße geprägt nach diesem modell also alle modernen staaten also was heißt also eigentlich alle staaten es sei denn man hat jetzt so bürgerkriegsgebiete extreme wie sudan oder jemen oder so aber oder weiß ich nicht syrien jetzt in heutiger zeit aber selbst dort wollen die leute ja einen staat gründen egal ob man nun die eine seite oder die andere seite ansieht jeder von denen handelt ja nach prinzipien der der staaten gründung also keiner von denen will ja zurück in das nomadische das allen alles gehört aber diese mit dieser vorstellung kämpfen wir heute in der westlichen zivilisation wieder wobei das ja immer wieder aufgekommen ist aber sagen wir mal so im mittelalter war das nicht so in der antike gab es natürlich dann immer durch völkerwandern und ähnliches aber gut das will ich jetzt nicht sehen aber wir haben jetzt im prinzip dieselbe frage mit der wir konfrontiert worden also dieselbe geisteshaltung der von remus haben die leute die auf der linken seite heute politisch stehen die sagen grenzen sind also fiktiv staaten ist alles eine fiktion das ist natürlich war das ist ja etwas was libertäre auch manchmal sagen ja ein staat ist ja eigentlich nur eine fiktion denn gibt ja kein staat es ist wenn man so will eine art okkulter akt wenn man so zugespitzt sogar sagen will also ein sakral akt in dem man sagt so ich ziehe jetzt einen zirkel und das ist heiliges gebiet das hat auf jeden fall etwas sakral religiöses etwas spirituelles was ja das abendländische auch auszeichnet diese vernetzung von recht und spiritualität dass man sagt eine also was unser recht ausmacht ist nicht nur einfach etwas was ich mir aus den fingern gesogen habe sondern was quasi auch eine heiligkeit an sich hat also wie man es früher im königsrecht gehabt hat im ja auch als romrepublik war galt ja der senat und das senatsrecht als etwas das sich mit dem göttlichen verband also göttliches recht was ist etwas was in der abendländischen geschichte ganz eng verzahnt ist und dass der der dieses recht bricht nicht einfach nur ein rechtsbrecher ist sondern auch ein sakrileg begeht weil er nämlich die axt legt an die grundlage der zivilisation zivilisation basiert darauf dass es prinzipien gibt die für alle gelten wer er auch sei also in folge dessen kann romulus auch nicht remus verschonen er kann es gar nicht er kann nicht sagen ich kann doch nicht meinen eigenen bruder erschlagen sondern egal diese grenze gilt es ist das gesetz und werde überschreitet bricht das recht und das recht sagt dass die strafe für grenzüberschreitung tot ist denn nur wenn es wenn dinge begrenzt sind das hat etwas hoch symbolisches nur wenn dinge begrenzt sind wenn es prinzipien gibt die gelten unabhängig von der person gibt es zivilisation und das beinhaltet zum äußersten zu gehen den eigenen zwillings bruder der wie gesagt romulus und remus standen sich sehr nahe die waren nicht dass man sagt die hätten sich jetzt gehasst also im gegenteil die standen sich sehr nahe und trotzdem gilt das und das interessante ist dass das ist vor romulus auch keine tat ist die er weder jetzt macht dass er jetzt also mit mit wenig emotionalität formulus verbunden ist es gibt keine berichte dass er wütend dass er getobt hätte oder dass er traurig gewesen sei oder so sondern so wie die geschichte das wiedergibt ist das eigentlich ein relativ leidenschaftsloser akt den romulus begeht er sagt da ist ein mensch der hat das gesetz übertreten und das gesetz sagt wer die mauer überwärte grenzstadt grenze zu meiner also zu meinem souveränen gebiet oder zum souveränen gebiet von uns er macht es ja als gemeinschaftliches mit seinen leuten der der muss sterben und unabhängig von seiner person wie gesagt das ist überragend für unsere westliche zivilisation geworden dass die vorstellung von prinzipien die anversicht gelten egal unabhängig von der person das interessante ist wenn man plutarch schilderung über die frühen tage von rom liest dann hat man eher das gefühl die nur gründung also von das ursprüngliche rom von romulus ist eher so eine art räuberbande erstmal also die leben da zwar einer stadt die sich organisiert und sie geben sich mühe sie machen einen tempel zu ehren von jupiter sie machen also alle einrichtungen einer zivilisation aber sie haben ein problem das grundproblem ist natürlich dass romulus bürger braucht er sagt also wie komme ich jetzt an leute er ist da mit einer schar von leuten aber wie machen wir jetzt hier eine stadt auf also sagt er das ist interessant alle die als sklaven entkommen sind alle die sich anderswo verbrechen begangen haben also quasi alles was sozusagen naja bisschen räuber gesindel die können hierher kommen ich gebe denen eine heimstatt wenn ihr versprecht und schwört ihr verhaltet euch von heute an zivilisiert ihr könnt sozusagen eure dunkle vergangenheit hinter euch lassen und hier neu anfangen ihr müsst euch natürlich an recht gesetz und ordnung halten hier geht es zivilisiert zu ihr kriegt einen neu anfangen also es ist und es ist ähnlich ein bisschen wie der gründungs mythos amerikas der ja auch viele gegangen sind die sagen wir mal hier verfolgt wurden mit dem gesetz in schwierigkeiten waren oder aus welchen gründen auch immer in europa sagen wir mal schwierigkeiten hatten nicht vorangekommen sind konnten quasi nach amerika ein ähnliches ist ein auswanderer gebiet im weitesten sinne also leute aus der umgebung die hat romulus gesagt was immer eure vergangenheit war es ist egal ihr bekommt hier amnestie ihr könnt hier anfangen was mit mir aufzubauen und nun standen natürlich da fast zu einem ganz großen teil männer in dieser stadt das war natürlich schlecht denn man sagte natürlich klar wenn wir eine stadt haben in die aus zu 80 90 prozent aus männern besteht was machen wir dann also da war der berühmte raub der sabinerinnen die sabiner waren ein nachbarvolk man wurde sich dort einladen zu einem fest sehr listenreich und auch ein bisschen böse und während man also quasi dort über nacht war raubte man die frauen und sagte so die kommen jetzt also wir nehmen die mit und um eine lange geschichte nicht also ausführlich zu machen sie einigten sich mit den sabinern und die sabiner zogen also auch alle in rom ein also die männer auch und man gründete römer und sabiner teilten sich die autorität in der stadt also so kam es schließlich zu einem friedensschluss und sagte gut wir gehen alle nach rom hinein sabiner und römer wir haben eine gemeinsame autorität teilen und sozusagen auch die macht den einfluss in rom und dieses motiv ist für die gründungsgeschichte roms von ganz überragender bedeutung dass man einer erstens jeder konnte nach rom kommen und was warten wie auch seine vergangenheit war also man bekam rom war ein ort in dem jeder eine neue chance bekam das war eine der ganz wichtigen dinge die vor in der vorstellung und das zweite war unabhängig von der volkszugehörigkeit konnte man nach rom also wie gesagt das spiegelt sich wieder in der einigung der römer mit den sabineren und auch noch dann später anderen umliegenden völker wo man sagte gut man hat das am anfang oft gemacht dass man die stadt eroberte oder sagt ihr kommt jetzt aus dieser kleinen stadt weg ihr kommt nach rom und ihr kriegt da auch einen anteil also das war sozusagen die vorstellung man kann nach rom und dort sein glück machen und wir kommen dort alle zusammen unabhängig der stammes herkunft die uns bisher getrennt hat also das verbindende das vereinende die zusammenbringen der leute aus dem italischen raum zu einer gemeinsamkeit und das ist glaube ich natürlich auch für uns in der abendländischen geschichte überhaupt von überragender bedeutung dass man sagt wir die völker europas also im einzelnen und dann nun in der modernen zeit versucht man es ja auch zusammen dieses zusammenführen das ist ja die kontinuierliche geschichte europas das aus dörfern städte wurden aus städten regionen und so weiter dann so dann nationen sich gründeten also das zusammenbringen von leuten die vorher im streit waren es ist für die europäische geschichte ja auch ein entscheidendes markmal immer wieder aufs neue so ich will heute das video mal nicht zu lang machen ich wollte nur darauf hinweisen für einen römischen heiden ist ja der geburtstag roms ein besonderer feiertag ich dachte ich bringe zumindest mal die bedeutung für unsere zeit ein bisschen einem kleinen video nahe und hoffe ihr habt ein angenehmes wochenende ich bin jetzt